Und Willkommen zur Folge 7. So, wollen wir mal gucken, wo wir stehen geblieben sind? Ja, nicht bei 8, sondern bei 7. So, Helikopter. Ja, alles montiert. Wie schon einem aufgefallen ist, habe ich ein neues Mikro. Aber das tut jetzt nicht das Sache, sondern wir beginnen mit der Missionsbeschreibung. Irgendwo in diesem Sektor ist das Flugzeug abgestürzt. Ihre Aufgabe ist es, dieses Flugzeug zu finden und so lange zu bewachen, bis eine Rettungsmannschaft eintrifft. Derzeit verfügen wir noch über keinerlei Aufnahmen dieses Gebietes. Sobald unser Satellit dieses Gebiet erreicht hat, werden wir versuchen, sie bei der Suche zu unterstützen. Wir wissen, dass in diesen Bereichen immer wieder schwer bewaffnete Kampfhubschrauber gesichtet wurden. Machen Sie sich in diesen Gebieten also auf einen harten Luftkampf gefasst? Ja, wie gesagt, in den beiden Gebieten, da können wir lange warten, bis wir da Kartenmaterial bekommen. Deswegen, ja, totaler Schwasssinn. Machen wir einfach mal weiter. So, der Landeplatz ist nicht aktiv, das heißt, wir können uns nicht heilen. Unter der Munitionsanzeige links ist ein kleiner Balken aufgetaucht. Ups, 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 ups. Das war nicht geplant. Das ist unser Nachbrenner. Dieser kann, ups, überhitzen. Das heißt, er muss ihn mal für eine kurze Zeit abkühlen. So, kommt noch irgendwas von da oben? Nein. Schieben wir es mal hier. Ja, der hat keine Lust hier zu schießen. Anscheinend fehlprogrammiert. Schieben wir ihn trotzdem mal kaputt. Ey. Ah, zweimal erwischt. Aber hier ist doch was. Ah, der hat sich festgeflogen. Oh. Wollen wir mal frei, ne? Ciao. Hups. Ah. Ja, was ist? Naja. So, erstmal den Cobra geschrottet. Ganz gefährliche Teile. Der war jetzt noch nicht gefährlich. Später kommen welche, die haben Lenkraketen. Die werden uns verfolgen. Abschütteln. Gleich null. Man kann sie zwar abschütteln, aber da muss man schon ziemlich, ja, taktisch vorgehen. So. Der ist weg. Ja, Kumpel. Das kommt ein bisschen zu spät. Die sind nämlich schon geschrottet. Ah, ja. So, fliegen wir erstmal in das unbekannte Gebiet rein. Unbekanntes Gebiet wurde entdeckt. Wie gesagt, hier muss man nicht rein. Man kann. Ähm, diese blaue Kugel, das ist so eine Art Teleportation. Ist zwar komisch gemacht. Unbekanntes Gebiet entdeckt. Kommt in ein anderes Gebiet. So. Hier ist aber das Problem, hier funktioniert die M-Taste nicht mehr. Das heißt, wir können keine Map aufrufen. Und fliegen halt blind etwas... Oh. Wir sehen halt nur schwarze Punkte oben. Hepp. Ah. Dieses Gebiet ereignet sich eigentlich als Munitionslager, wenn man so will. Das war das Upgrade, dass der Adler unseres Helikopter ist. Vergessen zu sagen, unsere Bordkanone hat sich auch ein bisschen aufgerüstet. Wie man hier sieht, habe ich selber nicht mehr gewusst. Deswegen... Entschuldigung. Falls ich es vergessen habe. Unsere, ähm... Das Upgrade ist auch ein bisschen stärker als die 30mm Kanone. So. Die Waffen haben wir alle. Jetzt weiter. Nehmen wir gleich mal mit. So, hier hinten ist das nächste Upgrade. Wir machen uns mal den Nachbrenner etwas zu Nütze. Hier hinten ist nichts mehr. Ja. Und weiter geht's. Wups. Nein. Da wollen wir noch nicht hin. So, jetzt müssten wir eigentlich alles haben. Dann fielen wir wieder zurück. Wenn wir einen Weg finden. Na, ich glaube hier oben bin ich richtig. Jo. Wie gesagt, da kann man rein. Muss man aber nicht. Weil das ist keine Pflicht. Sagen wir mal hier mal noch ein bisschen was auseinander nehmen. Ah. Geht kaputt. So. Komm her. So. Ah. In alle beiden Rehene flogen. Oh. Mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das nur für Panzer hier? Soll ich lachen oder was? Fusss! 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 So, jetzt müssen wir hier oben etwas aufbaaaab uhopp ... Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt wollen wir langfliegen. Hör mal, ich bin jetzt überhaupt noch richtig. Ja, ich bin noch richtig. So. Ah ne, war noch ein normaler Helikopter. Sorry. Ja, ja. Kopra, Anmarsch, Lenkrakete, oah ja, und verfolgt, oah. Muss aber noch aufpassen, hier oben ist nämlich noch ein zweiter. Ah, sei ruhig. Ja, bis du schießt, bis du merkst, dass ich überhaupt da bin. Ne. Äh, ja, das Fahrzeug ist ein Witz. So. Keine Gefahr. Ah, unverfolgt. Ach, das sehen wir noch nicht dort. Wie man gesehen hat, verfolgt das Ding. Oh, was denn hier? Ja, bis du überhaupt was merkst. Hopp. Leider nicht schnell genug. So. Du hast das abgestürzte Flugzeug gefunden. Yes, sir. Ja. Ja. Schnellere Anvisierung der Bordkanone. So, jetzt haben wir bei dem alles montiert. unsere kleinen werde ich vielleicht auch noch aufrüsten, wenn wir genug Kohle haben. Ja, dann geht das beim nächsten Mal mit der Mission 8 Brückenparadies weiter. Ja. Dann zeig ich. Bis zum nächsten Mal. So. So. Now. Satsang.